I know you're somewhere, somewhere Schon morgen? Der Boden war ganz schön hart. Jetzt muss ich doch mal das weiche Bett probieren. Hä? Was für ein Schlaf. Hoffentlich ist sie nicht tot. Wer ist tot? Was? Wo? Jetzt spricht doch noch ihr Geist. Bitte tu mir nichts. Was? Ein Geist hier im Haus? Oh, die Dragon Balls. Hoffentlich hat sie niemand gestohlen. Gott sei Dank. Sie sind alle noch da, wo sie waren. Aber wie kannst du mir so eine Angst einjagen? Mann, mach endlich, dass du fertig wirst. Du bist hier langsamer als eine Schildkröte. Sei nicht so frech. Es ist allein deine Schuld. Wer tai damit ist? Das darfst duèt... Ich erscheide dir. Ich versuche das zu, was was die Tigers verteidig Ó Ciung. Und ich gehe jetzt.